Der MOS-Majorum war im alten Rom die Bezeichnung für traditionelle Verhaltensweisen und Gebräuche, die als Grundlage der beispiellosen Erfolgsgeschichte des Aufstiegs Roms zur Weltmacht galten und von all denen, die öffentliche Ämter anstrebten, zu beachten und möglichst getreu einzuhalten waren. Das bedeutete unter Umständen die strikte Einhaltung römischer Rechtsnormen sowie religiöser, militärischer oder öffentlicher Pflichten. Der MOS-Majorum. Zum MOS-Majorum, wie er zum Beispiel vom Prinzipientreuen Cato verstanden wurde, gehörten Labor, die Mühe, die Arbeit, die ein jeder für die Gesellschaft aufbringen sollte. Die Respublike, also der Staat, war hier dem Privatleben vorangestellt. Justische, die Gerechtigkeit. Ein neben der Arbeit ebenfalls sehr hohes Prinzip war die Gerechtigkeit. Cato zum Beispiel übte diese Gerechtigkeit auch gegenüber den Feinden aus, sie war also auch ein Zeichen von Ehre. Pitens. Die Redlichkeit, die Frömmigkeit, war ebenfalls ein wichtiges Prinzip der MOS-Majorum. Respublike. Dieses Prinzip bezeichnet die Bevorrechtigung des Staates gegenüber dem Privatleben. Fortetudo. Die Stärke insbesondere ist hier die Stärke des Militärs gemeint. Das ist hier die Stärke des Militärs.